Ich mache meinen neuesten Mega-Streets mit dem Scooter in einer Kantine. Hey, was hast du vor? Ich wollte einen Wettbewerb holen. Kannst du mal zeigen, wo die Kantine ist? Klar, da tippen, aber beeil dich. Gleich kommen wir alle zum Mittag. Geht's mich schön? Klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Ey, mega krass, du kriegst den Akkus schon wieder leer. Oh, nicht schon wieder, oder? Kannst du mir Tipps begeben, was ich machen kann? Klar.